hey leute und ja die sind wieder weg ja ihr lieben willkommen zurück zu einer weiteren folge von vier so neid ihr lieben in der letzten folge glaube ich war mir bei der high school drin da haben wir sehr viele sachen gesehen kommen aber nicht rein ich bin der meinung dass wir den generator anschmeißen müssen und der generator macht uns die türen auf deswegen würde ich sagen mit californ verprügelt sehen und wir gehen noch mal zur high school das wird aber wahrscheinlich bisschen folter weil die zombies dann ankommen und uns anknabbern wollen da unten müssten wir auch mal hin du lud ist ja schon wieder alles ja mitnehmen diese dinger hier sind doch besser als andere dinge okay alles klar ja voll voll verstanden ja was habe ich denn immer gemacht ich habe den rotz immer gemacht ich weiß nicht was du gemacht hast ja wir brauchen auch mal diese verbände also ja habe ich bin voll kann ich nicht springen kann ich das so kann ich das rausschmeißen auch scheiße kommst du nicht mehr raus ist doch nicht die stehren ernst oder ich bin eklig ja so wie ich und die verbinde dich bleib weg von mir bleib weg von mir sieht man eigentlich die maus ja toll man sieht also die maus im spiel ich weiß nicht warum ist das ein rotz die stelle werde ich bemerken warte mal gut die maus ist jetzt anzusehen wartet mal kurz kari warte ich muss bei obs das so einstellen dass man vielleicht die maus zeiger nicht mehr sieht so jetzt das spiel automatisch weg ich meine der zeiger alles klar ich bin ein bisschen voll ich sollte vielleicht die teile mal weg packen und die teile packen wir auch mal weg kaum kann ich nicht rennen soll es ja auch nicht rennen renne ich bestimmt ich renne bestimmt ja ja ich glaube ich glaube ich hast du eine gewichtsanzeige nein naja dann bist du noch nicht schwer aber ich kann nicht rennen ja ich kann nur laufen ist auch besser so ist doch scheiße weg rennen können wir eh nicht oder haben wir das schon mal ausprobiert ich weiß gar nicht mehr haben wir und wir müssten jetzt rennen wenn die zombies kommen müssen wir rennen ja wir sind doch viel zu laut wenn wir rennen ich verstehe es nicht der kriegt hier auf jeden fall da vorne ein aufs fressbrett und der hier auch ich gehe mal zum generator und pack mal paar wieso kann ich nicht rennen ist das jetzt ein bank vom spiel muss ich mich ein und wieder auslocken okay ich werde sterben dann kann ich vielleicht doch noch rennen ich sterbe äh warte kurz drei batterien habe ich noch aber batterien sind voll bist du eigentlich immer ein squad drin ja bist du nein bin ich nicht ne doch bist du nein aber ich habe keine lebensanzeige sonst hatte ich eine lebensanzeige drinnen irgendwie habe ich das gefühl dass das spiel gerade jetzt jetzt so was brauchen wir denn noch powertool ein powertool brauchen wir noch mal ohne zu verkacken hier ja vorsehen kommt noch einer irgendwie glaube ich sind wir sehr laut wenn wir hier in so eine dinger gucken ja sind wir garantiert so ein powertool so ein powertool ja ich habe ein powertool mein problem ist nur ich kann nicht ich kann nicht weg rennen doch nicht rein kannst du laut ja es wird doch eh jetzt voll kalli ja aber davor hatten wir ja nicht äh so einen knüppel dann beschützt er mich äh ich repariere beschütze du mich wo bist du denn jetzt hier an dieser ecke ich hab mal gedrückt ich weiß ich glaube ich glaube ich bin verbuggt bist du ja was war das der ist äh ja er knabbert der stelle ziehe recht geschafft ja alles klar wer macht das jetzt an ähm da ich buggy bin renn du mal vor zu der haustür hinten ja wohin renn zu den eingang von der schule alles klar ich geh die du sagst das au weia und ein leck auf die fresse so du musst sagen wenn du da bist ach wann dann wie schön werden die alle zu mir kommen oh gott diese träne ja ich glaube die sind wieder gespawnt es wurde nicht abgespeichert Ich glaube, die sind es einfach. Die schaffst du. Die sterben beide? Hä? Ich habe Kalypso hier zweimal unten anzuzeigen. Ich glaube, das Spiel ist gerade leicht buggy. Vitaminpille! Ich nehme alles! Ich glaube... Ich weiß nicht, ob ich das... Ne, erstmal müssen wir hier drin aufräumen, bevor wir den da anschmeißen. Gut, dann komme ich jetzt eine Runde rum. Ja, und nochmal. Kann er nur gut tun. Wie gesagt, ich kann... Ich bin komplett buggy. Ich bin wirklich noch in mein Inventar gucken kann. Oh, da ist ein Leuchtturm. Naja, dann sammeln wir das hier doppelt ein, ne? Ich meine, wir haben ja... Es wurde nicht abgespeichert. Ich glaube, das meiste wurde nicht abgespeichert. Bei euch war laut. Jetzt haben die guten Viecher mitbekommen. Ähm, warte mal... Das Teil ist gut. Ich würde sagen, einfach mal raus damit. So, schauen wir uns mal hier um. Oben war er eigentlich nicht. Hä? Ich bin gerade umgeglitscht, das Spiel ist echt wirklich... Wunderschön, bugfrei. Na, super! Wiii! Kalli! Hä? Ja? Komm her, siehst du das? Warte. Siehst du das eigentlich, dass ich hier weg... Ups. Ey! Das ist ne geile Position! Ja, aber für mich nicht! Ja, du musst ja den Generator anmachen. Ich? Das ist es! Ja, und was mach ich hier unten? Äh, sterben? Mach ich den an? Ne, du bist den an. Hat ich da auch wo? Wahrscheinlich, wenn du dich reinbackst, irgendwie. Ich bin per Zufall jetzt gerade hier reingekommen. Ich töte noch ein paar Zombies hier. Ja. Ich glaub, für uns soll hier gar nicht hoch. Komm, wir machen das Ding einfach mal an und schauen, was passiert. Ob die gemeinsam toten. Ich glaub, ich bleib hier. Das ist die beste Position. Naja, wenn ich sterbe, dann hab ich eh ne Arschkarte. Dann ist mein Rucksack hier oben. Die Kalli macht das schon. Oder? Sollten wir Kalli lieber helfen? Ich weiß schon... Ich hab nur ein Bild gesehen, dass hier ganz schön viel dann los war. Ich kann aber nicht so... Ich hab keine Blümchen mehr. Ja. Ich kann die paar abgeben. Ist da einer am Generator? Nein. Aber gleich. Und da werden viele sein. Oder geh ich lieber runter? Das Teil hier, ich muss das doch nicht... Anschmeißen einfach nur. Oh Gott. Oh Gott, ich renne weg. Die sind gerade alle aus dem Boden gespawnt. Okay, komm, wir gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwo reinkommen. Ich weiß nicht, was... Nein. Schade. Ach, hier bin ich ne Mann, schon wieder. Irgendwie hab ich's geahnt. Aber es muss doch... Okay, ich glaub das... Verdammt. Aber warum Generator? Läuft ne Zeit ab, aber keine Ahnung. Alter! Mann! Pass auf, da kommt noch mehr. Oh ho 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 ho! Ja du bist gleich tot. Ich bin tot. Ja, jetzt musst du zu mir kommen. Ich bin in der Hütte drin. Ich muss dich töten Kann ich nicht Wieso kannst du nicht? Geht Oh, ich bin Ich bin ganz am Anfang gespawnt Ich dachte, du wärst ein Zombie Nein, ich war kein Zombie Okay Komischerweise Vielleicht warst du nicht so doll infiziert Sondern eher verletzt Krass Ja, da läuft auch ne Zeit ab Wir müssen den Generator beschützen Kam der einfach an Hat er mich gerade erschrocken Alter Kannst du nicht machen Doch Liebst du? Ja Muss erst mal wegkommen Ne, ich meinte die Dame hier auf den Tisch Gut, dann hat die Schule erstmal Keinen so wichtigen Rang Na komm eh Würde ich sagen Gehen wir mal zum Leuchtturm, oder? Leuchtturm? Ja, der ist hier gleich gegenüber von der Schule Vielleicht bekommen wir da irgendwie Waffen Für mein Blutzeug Aber ich glaube, jetzt nachts schaffe ich das nicht Und bevor ich da bin, dann ist alles, glaube ich, weg Ich glaube, ich gehe da wieder hoch, wo ich gerade war Ich weiß nämlich nicht, ob ich das mit diesen kleinen Schritten auch noch hinbekomme Ach, Escape Das verstehe ich jetzt nicht Ich auch nicht Kommst du eigentlich jetzt noch zu mir, oder? Ja, ich komme mir mal den Blutzeug ab Die Schweine Ja Wir können hier nach oben Wo? Wo ich, äh, um bin, ja Achso, ich bin jetzt auf dem Dach Und die verschlossen waren, oder wie? Sind jetzt auf? Nein, ich bin auf dem Dach Hm Da bin ich Buggy hochgesprungen, ne? Ja Du musst einfach in die Richtung lenken Du kommst auch hoch Nicht Buggy Äh, vielleicht doch Na, Großer, hier Genau hier Ja Du willst mich, ne? Du willst mich mampfen Jetzt müsste ich runterfallen Ja, gib mir alles Du solltest abhauen Ich denke, hier gerade paar ab Alter, da fällt, da weiß ich doch jetzt nicht Welchen Knopf man drücken muss Ja So, haben wir die Schule jetzt fertig? Äh, willst du jetzt in der Nacht rumlaufen? Äh? Also, komm zu mir Ich lenke die gerade hier ab Ach, hier, hier bitte Eine Stamina mehr So kann man ja auch sehr gut Beschäftigung Ablenken, ja nein ich bin hier nicht so wie bist du jetzt aufs dach über dieses kleine netz und da musst du in meine dann hier ich komme doch aber schon hochgesprungen was musst du einfach nur springen hier bei diesem netz dann in meine richtung drücken ja 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 wie konnte es im gekonnt so hier oben sind wir sicher wie könnte man eigentlich auch ein kleines lager aufbauen auf dem dach oder eigentlich ja sagt die karte schon erledigt oder nicht ich habe keine materialien na super bin ich einmal auch gerade wie ihr einer von euch ich auch mit haaren ganz großen haaren kommt man hier irgendwo noch hin ich glaube aber leider nicht sehr schön dann würde ich sagen die nacht ist dunkel und voller schrecken ja genau machen wir hier ein aufnahmepäuschen ne ja die nacht wird eh ein bisschen es könnte auch anders sein dass die zombies dann hier hoch kommen wir haben keine ahnung nein wird es nicht es wird nicht spannend naja was ich hier vor hochgeschiedet hier kommt keiner hoch vielleicht können sie sich auch hochschieten ich glaube nicht gut ihr lieben dann vielen dank fürs zusehen wir werden in der nächsten folge mal dahinten zu diesen einen kleinen leuchtturm sehen gehen nicht sehen und würde sagen vielen dank fürs zusehen und bis dann die keine leuchtturm bis dann tschau 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 tschau